So, darf ich euch hier unser kleines Monster vorstellen? Das ist Kuchu, unser Waran. Und so ruhig wie er hier sitzt, Züngel, Züngel, das hatten wir schon seit Monaten nicht mehr, weil er nämlich immer noch recht scheu ist. Aber nun werde ich den kleinen Mann wieder hochnehmen. Komm her, Dickerchen. Und nun werde ich ihn auch wieder reinpacken. Ich habe ihm nämlich gerade die alte Haut abgemacht. Zeig mal deine Fresse, kleiner Süßer. Zeig mal deine süße Fresse. Ja, der ist schon süßer, auch wenn er noch Angst hat. Und immer das Schlimmste denkt, war... Komm her, Süßer, rinder mit dir. So, unser Brocken. Weil man bedenkt, je klein er war, als wir ihn gekriegt haben. Ja, unter deine Höhle. So, nun hat er sich wieder verkrochen. Dann zeige ich euch sein altes Kleidchen. Ja, ich weiß, es ist lecker auf dem Boden. Mein Gott, das kann man alles sauber machen und weg machen. Das war's. Das war's. Das war's. Ich weiß. Ich weiß. Untertitelung des ZDF, 2020